Die Bande sind nicht so laut. Es ist sehr freilich, dass die Blätter angeht. Die Lechamps, die noch nicht vor, bleiben bitte da. Und die Engelspräche jetzt auch noch. Ja, das war's von der Fahrerbesprechung. Wir haben es jetzt vorgekommen. Alle Klarheiten restlos beseitigt. Ab morgen, 8 Uhr, gehen wir Vollgas. Ziel ist es, bereit zu sein und deine Stimme Motorsport. Versichst es nicht.